Mama, guck mal, wie ich Schiffschaukel mache. Guck mal, wie ich Schiffschaukel mache. Ich sehe gerade eine Geschichte. Mama, mit einem Fisch. Ich sehe gerade eine Geschichte an den Tag, die ich gerade auf mir habe. Ich sehe gerade eine Geschichte an den Tag der Sonnenbrach. Und bin ich vonuse in der Kadern drauf. Es ist ein Schiffschaukel der Kristoff, die ich schraubuche, Und ihr habt hier einen Schiffschaukel, so ist es richtig. Ich liebe mich, meine Lieben, weil ich mir da so ein Schiffshandel am Stuttgart Lina! Lina! Mama! Mama! Ich habe Nippel jetzt leicht auf den Kopf zu holen. Ist nicht schlimm, der Kopf ist noch dran. Lina! Komm schnell! Ich freue mich! Hey, Kupa, ich bin ein Papa und ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Das ist ein Kind. Die Flügel sind in der Nähe der Flügel. Was mag ich ehrlich das? Bushbeine? Mit Wolken Raffelpfand Ja, das ist gut. Und Schauen wir mal was? Das war's für heute.